hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 und zwar ist der challenge zusammen mit dem ls-profi aka justin wow danke für die demonetarisierung wir sind in der folge dabei der kollege von melo hat der krates feld mit raps abgeerntet und das wenn man jetzt einmal und dann 500 habe ich schon überwiesen für so bänden und der kollege wird weiter erzählen, was er auch gerade so macht. Ich bin gerade fett am wickeln und ich sehe, dass der Kollege doch mitwickelt. Geil, dann sind wir doppelt so schnell. Ja, und das mit den 500k Silage da, was schon vor ewiger Zeit einmal Dings ist. Ich glaube, das dauert noch, bis wir da das Geld überwiesen kriegen. Ja, das kriegst du einfach nicht. Nee, wir regeln davon. Der ist bankrott, den habe ich jetzt mal bankrott gemacht, der mein Geld überwiesen hat. Hat der überhaupt das Geld mir überwiesen? Nee, ich wollte auch noch von Geld. Von wem? Ja, vom Kollegen. Ich habe mir das Geld noch gar nicht überwiesen. Der ganze Silagehaufen ist auf voraus seiner BGA. Ja, der muss ja auf den nächsten Tag warten, weil der jetzt kein Geld mehr hat. Ich wollte auch noch auf mein Geld. Mhm. Das schreit nicht. Nicht für die. Spaß. Das schreit noch nicht für dich. Herr Kollege, erzähl uns ein bisschen was. Was haben Sie die Wochen gemacht? Schule. Aha. Lernt man sowas eben in der Schule oder wie? Rülpsen? Ja. Das habe ich mir selber beigebracht. Nein. So, lelele. Jo, und vielen vielen lieben Dank für einen neuen Support und für die ganzen Kommentare und Likes usw. Hey, kannst du mal bitte aufhören immer von deiner Tafel hinten abzulesen deine Sprüche, Junge? Warum? Ich habe keine Tafel da. Doch, weil ständig die gleichen Sprüche sind, Junge. Versuch mal ein bisschen aufregender es zu machen. Ja. Mach mal das ein bisschen spannender. Ja. Heute ist ja Freitag, wo der Zeitpunkt zur Aufnahme ist. Da ist ja jetzt ein wegen LS22 Factcheat Friday. Ah, schon oder was? Und ja, heute sind ein paar spannende Factcheats wieder rausgekommen. Junge, willst du mich rollen? Und ja. Ich packe euch einmal den Link gerne in die Kommentare, dann können wir das Ganze anschauen. Ja, Entschuldigung, ich rede halt gern. Ja, du solltest erstmal spannender machen. Schreibt es einmal gern, Hashtag LSProfi in die Kommentare, dann weiß ich ja, damit der Herr ein bisschen neben der Spur ist. Ich bin gar nicht neben der Spur zu Familie, Junge. Ja. Ähm, Herr Kollege, können Sie die Zeit ein bisschen höher stellen? Nee, ich schlafe es ja nicht. Und ja, dann fahren wir mal. Oh, Bemo. Und ja, falls ein Kollege so eingebildet oder besser rüberkommt, das liegt woanders rüber. Ich bin nicht eingebildet. Nein, nein, überhaupt nicht. Ey, sag mal. Ich bin nicht eingebildet. Ja, ja. So. Wenn ihr gern pro Swiesen wollt, schreibt es gerne andere Fragen in die Kommentare. Falls ihr Vorschläge habt, auch gern in die Kommentare. Und jo. Schau mal gleich mal. Ist das Jaja heiß? Ja, jetzt er lässt. Heckt mich am Riemen, ne? Heute ist leider nur der Chris vom LU da. Nein, doch. Ja. Aber Leute, jetzt mal eine kurze Sache. Das ist hier die vorletzte Aufnahmesession tatsächlich. Jo, also die... Was ist das jetzt? Die 93. Folge? Die 93. Folge ist das jetzt? G92. Na, 93. 92. 92. Wir nehmen 4 auf. Ja, letzte Woche haben wir... 92, 93, 94, 95. Wir machen bis zu 95. Laber doch nicht. Das ist ungerade. Wir haben immer 4. Also geradet sollen. Also haben wir jetzt an die 396. Folge. Das ist ungerade. Wir machen bis zu 99. Nächste Woche. Und dann können wir... Dann ist der Stream... Der finale Stream ist ja nicht 100. Ich glaub, du hast an deinen... Lack gesoffen. Was hast du am Lack gesoffen? Zählen kann ich wirklich nicht. Schreib's gerne mal in die Kommentare, wer inkompetent ist. Hey, wer hat denn jetzt automatisch Motorstarch wieder angemacht? Gar keiner. Ah, jetzt ist er wieder gut aufgelegt. Hä? Such doch Steif! Was hat denn dein Kollege? Das ist die 92. Das ist die 92. Das ist die 92. 3. 3. 3. 3. 3. Kannst du nicht zahlen, oder was? Kannst du die 93. Kannst du nicht zahlen, oder was? Das ist die 92. Das hieß bei mir eigentlich die 92. Ja, dann hast du irgendwas falsch bei dir. Nö. Dann halt nicht. Ich hab gespart, Leute. Bei mir ist die 91. Das ist jetzt die 92. Das geht dann perfekt auf. Dann ist die 100. der Live-Team. Das geht perfekt auf. Ich weiß aber, ob bei dir die 92 jetzt die neueste Folge ist. Alleiner falsch für euch nicht. Du hast für euch sprechen. Nein, eigentlich nicht. Ups. Da haben wir kurz mal was mitgenommen, Leute. Aber nein, das braucht ja nichts. So, ich muss mal... Eieieiei. Nun, jetzt hab ich wertvolle Zeit gemacht. Verloren wegen dir, weil ich die ganze Zeit die Folgen da raussuchen musste. Ja, kann ich was dafür, wenn du so langsam bist. Was ist das lang denn? In der Zeit, wo du irgendwo Scheiße gemacht hast, hab ich hier ein ganzes Feld gewickelt. Ah, ich mach nichts, oder? So ein Klapsschwaden. Du machst natürlich nichts. Na, was mach ich denn? Ich mach grad Feldarbeit. Was denn? Ob soll ich kacken, oder was? Feld düngen und kalken und ansehen. Hm, was fährst du denn da hin? Ah, bin ich froh, ich wollte das Finale hessen, damit endlich war es bei der Gewinnhessen. Ja. Du, Freund. Nur so, was sagen Sie bitte? Ein harter Gegner, mein Freund. Aber halt für den King noch bei weit mit werden. Aber es ist King, Kaiser mein ich. So, dann schauen wir mal. Jo, jo. Äh, ist das die aktuellste Version der Geiselsberg? Ich hab kein Update, also muss das hier aktuell so sein, ja. Okay, danke für die Info. Ja, dann bitte. Ja, Leute, und falls ihr das nun wisst, der Herr Kollege macht das Ganze, ist selber technische. Und jo, aber... Ich mach die ganze Scheißarbeit Spaß. Äh, was jetzt jeder einmal, äh, also Teammitglied macht im Team, das kommt dann demnächst bald einmal auf der, äh, Website. Also Homepage, sozusagen. Ja, das Team, äh, komplett durch, wie du es gestaltet ist. Ja? Bei aktuellem Ausbau, da macht das kein Sinn. Bei aktuellem ziemlich viel neuen Leute zu bekommen. Jo. Und jo, dann schauen wir auch gerne mal weiter. Hallo, wer jetzt hier bekommen bei den Dudes? Ey, warum schreibst du so weiter in die Tonne? Was wird denn der jetzt? Man schreibst du schon, irgendwie sind jetzt weit vorne, Junge. Ich war ja schon fast in meinem Bett, Alter. Was ist das kein eigenes Gamingzimmer? Ich schlafe in meinem Gamingzimmer, so ist es. Hm, also ist es kein eigenes. Aber wie, das ist nicht so viel Geld für du, Alter. So, Herr Kollege Wischer, äh, übrigens, der Herr Kollege will dann irgend noch was machen. Deswegen lasse ich gleich mal den Anhänger da bei dem dabei. Und ja, da war ein Zaunpfosten. Äh, 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 äh. Du hast ja irgendwo eine Scheiße bei mir zusammengefahren. Wenn ich ständig fährst du bei mir irgendwas zusammen, Junge. Ich hab jetzt gar nichts zusammengefahren. Sein Slice. Ahja, fährst alles zusammen, Junge. Halb Geisels, also wenn das hier, wenn das hier richtigen Schaden nehmen würde, wenn es ständig halb Geisels weg kann es dir nicht mehr. Sein Slice und jammens wohnen es. Uiuiuiuiuiui. Da fahren wir nur noch auf Brocken, Junge. Da steht auch der halbe Wald oben am Brocken, Junge. Hm. Lachen sie nix für uns so arbeiten. Ist auch so. So, schnell einmal Fahrzeug selber machen. So, dann. Dann geht's direkt weiter. Upsa, na. No. Geil. So, dann schauen wir gleich weiter. Was machen Sie eigentlich, Herr Kollege? Wickeln, 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 wickeln. Wie immer. Geil. Ich weiß zwar nicht, weil Herr Ingenieur da so kleine Einfahrtstiere gemacht hat, aber naja. Herr Kollege, können Sie bitte einmal kurz... Nö. Bitte. Wenn ich mal einen Profi gebe? Jetzt gib mir Ruhe machen. Gib einen Profi. Alter, ich glaube jetzt. Daniel, du gibst einen Profi. Nein, du gibst einen Hunderter. Hör mal, Alter, alles muss man selber machen. Gib einen Hunderter. Nein, mach gar nichts. Gib 100 Euro hier in-game, dann mach ich gar keine Bauern. Komm. Ich mach gar nichts. Jetzt tu weiter. Was? Ich verarbeite auch schon weiter. Kannst du jetzt bitte stark Bauern machen? Danke, Herr Kollege. Danke. So, er wird zerfallen. So meine lieben Freunde, dann schauen wir gleich einmal weiter. Aber wie es weiter geht, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Dann schaut gerne zum nächsten Mal wieder vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.